Musik Ja hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem Vlog Ich bin irgendwie ziemlich froh, dass ich heute diesen Gang habe, bei dem ich euch jetzt mitnehme, denn es ist einer dieser jenen Gänge, die einen Menschen wieder erden, zurückbringen, wegholen, von da wo ihr mich in der letzten Woche hinkatapultiert habt. Ich gehe zum Zahnarzt, und Zahnärzte bringen jeden Menschen irgendwie wieder runter auf die Erde. Und das ist gut, denn in der letzten Zeit, jedes Mal wenn ich Twitter aufgemacht habe, ging es bei mir. Und bei Facebook immer und immer wieder. Und ich habe so viel Luft in mir, dass ich echt Angst habe abzuheben. Kurz gesagt, ihr seid so Wahnsinn. Ich habe dieses Toll-Video, es ist unpackbar, wirklich. Egal ob ihr jetzt diese Millionen Re-Tweets, diese tausende, tausende Postings auf Facebook, Google Plus und wo überhaupt und sowieso, ihr seid so Wahnsinn. Danke, 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 danke. Ich boxe hinten vorne, ich schwöre, und dann kommt noch dazu ein Standardartikel, und die Zeit online, beide online. es ist einfach... Und zur Zahnarztermin, da kommt ja genau recht, weil da fahren sie auf den Schmerzarten Zahnfleisch, und, 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 zeigen dir, dass du menschlich bist, und man bleibt irgendwie so am Boden. Und ab und zu gehört das einfach. Ja. Mal schauen, wie schmerzhaft das wird. Ich werde euch dann auch davon vorweiten. Ja Leute, jetzt war ich drin bei der Ärztin, auf den Stuhl raufgerutscht. Rückenlehne zurück. Vier. Vier, vier. Vier Menschen, inklusive meiner Ärztin des Vertrauens. Rund um meinen Kopf. Und alle gleichzeitig in meinem Mund. Ja, ihr wisst mit, weil ich hab ne große Klappe. Ich wusste selbst nicht, wie groß sie wirklich ist. Es passen vier Leute rein. Zumindest vier Leute mit Werkzeugen. Und? Ich bin ein Braver. Ja. Hat meine Ärztin gesagt. Zahnfleisch okay. Kein Zahnstein. Bin ein braver Zähnenputzer. Hat nur 30 Jahre gedauert. Bis ich's gelernt hab. Aber jetzt kann ich's. Und ich krieg jetzt mal... Nein, warte mal. Ich krieg kein Leckerli. Kein Zuckerl. Gar nix. Ich glaub, das muss ich bei der nächsten Untersuchung nochmal verhandeln. Anyway, mir geht's gut. Meine Zähne sind okay. Meine Klappe ist groß. Aber eh schon erwähnt. Das heißt, ich fahr jetzt heim. Und schau wieder mal in meinen Twitter-Feed rein. Oder auf meinen YouTube-Kanal. Weil das Video ist gerade bei über 7000. Fuse. What? Es ist echt schwer, boden zu bleiben. Ich schnall mich jetzt sogar in der Wohnung an. Um mich so... abzuheben. Es ist echt... Insane. Anyhow. Danke. Schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.